Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnab.de, Ihrem Online-Outlet für Markenrelex-Sessel. Heute mit einem wirklichen Spitzenprodukt, und zwar einem Job-Sessel, der heißt 8147 Teile elektrisch in Leder Longlife, Longlife-Leder Cappuccino. Und die Größe des Sessels ist, was habe ich hier drauf, Medium. Sie haben hier etwas ganz Besonderes, nämlich Sie haben nur einen Motor und trotzdem ist es möglich, den Rücken und das Fußteil getrennt voneinander zu verstellen. Hierzu diese zwei Knöpfe, das ist die Elektrik fürs Fußteil. Und der Rücken hat einen patentierten Beschlag, den Sie in jeder Position durch Körperdruck, durch Gewichtsverlagerung anhalten können. Sie brauchen hier also keine Elektrik, Sie können nur den Rücken verstellen oder Sie können nur das Fußteil verstellen, wenn ich den Knopf finde, hier. Und das alles mit einem Motor. Das ist schon außergewöhnlich. Jetzt kommt das Fußteil raus, ist auch schön lang, also die Fersen sollen nicht aufliegen. Und jetzt verlage ich das Körpergewicht bis, ich mache mir mal volle Pulle, bis fast in die Ebene, geht auch sehr weit, finde ich gut. Das obere Kopfteil kann ich dann zusätzlich noch verstellen. Ich liege also sehr, sehr flach. Da hat sich Himmola für die Job-Kollektion schon was Besonderes einfallen lassen. Und der Vorteil des Teilelektrischen, des elektrischen Fußteils ist, Sie können es zum Beispiel auch auf halber Höhe anhalten, wenn Sie mal so sitzen wollen. Sie können in jeder Position anhalten. Eine tolle Geschichte. Optisch ist er auch noch schön, hier mit diesem verkromten Armteil. Finde ich sehr gelungen. Der Sessel ist halt aus der Schicken-Job-Kollektion. Und Sie werden sicherlich, wenn Sie dieses Schnäppchen erwerben, viel Freude dran haben. Und apropos Schnäppchen, wir haben ein Schnäppchen aus einem Kundensterno bekommen. Wir verkaufen dieses Teil jetzt für 1.490 Euro plus 99 Euro Fracht. Profischnapp.de, ihr Online-Outlet für Markensofa sagt Danke. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, bleiben Sie uns gewogen. Schauen Sie unter profischnapp.de slash Neuheiten öfters rein, was wir heute und morgen und übermorgen und überübermorgen neu einstellen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de